Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Rocky in der 40 Jahre Jubiläums Collection. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zu dieser Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sylvester Stallone Rocky 40 Jahre Jubiläums Collection. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Film. Jawohl, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums haben wir hier eine spezielle Collection. Rocky, davon gibt es ja diverse Filme und die wurden hier in dieser Jubiläums Collection vereint. 6 Filme finden wir hier vor, 6 Disc Set, 6 DVDs, das Ganze ab 16 Jahren freigegeben. Das ist hier ein Sticker und dann haben wir hier Rocky mit den erhobenen Armen und diversen Filmszenen aus den verschiedensten Filmen, die sich hier so zusammensetzen. Auf der Seite beschriftet, hier ebenfalls und auch noch die Handschuhe mit dabei. Und auf der Rückseite lesen wir, was uns hier erwartet. Also, 40 Jahre Jubiläums Collection. Vom Fabrikarbeiter zum Box Champion. Das ist das Epos um den Boxer Rocky Balboa, Sylvester Stallone, der wie kaum ein anderer Charakter die Filmwelt in seinen Bann gezogen hat. Der mit drei Oscars ausgezeichnete Rocky-Urfilm ist legendär. Er erzählt die Geschichte des talentierten, aber chancenlosen Rocky Balboa, Stallone, der es dennoch schafft, mit dem amtierenden Champion in den Ring zu steigen. Im Verlauf der Saga kämpft Rocky dann nicht nur gegen die härtesten Gegner, sondern übersteht auch die Runden außerhalb des Rings. Mit fesselnden Trainings- und Kampfszenen, die zum Markenzeichen der Rocky-Filme wurden. Und auffühlenden schauspielerischen Leistungen erzählen diese sechs Filme die unvergessliche Geschichte eines Underdogs, der zum modernen Helden wird. Ja, dann haben wir hier nochmal aufgeschlüsselt, was sich hier drin befindet. Also Rocky, Rocky 2, Rocky 3, das Auge des Tigers, Rocky 4, der Kampf des Jahrhunderts, Rocky 5 und Rocky 6, also Rocky Balboa. So, dann hier wieder beteiligte Barcodes. Okay, das Ganze ist ein Pappschuber, der sich hier abziehen lässt. Und die eigentliche Edition kommt dann hier zum Vorschein. Ist genauso designt wie auch der Schuber, also hier nichts weiter zu sehen. Und dann schauen wir mal rein, so sieht das aus. Also, wir haben hier die ganzen Discs aufgestapelt, hier auf der rechten Seite. Und hier geht's los mit Rocky 1. Dieser Film ist ab zwölf Jahren freigegeben, aus dem Jahr 1976. Dann haben wir den nächsten Teil, Rocky 2, der ist auch ab zwölf Jahren. Rocky 2, drei Jahre später erschienen, nämlich 1979. Die DVD ist hier immer so Ring-Design, also wir haben hier entsprechend die Seile des Rings. Dann kommen wir zu Rocky 3. Der ist erschienen, auch wieder drei Jahre später, 1982. Und der Titel des Films, das Auge des Tigers. So, und dann kommen wir auch schon zu dem ersten ab 16 Jahren, nämlich Rocky 4, der Kampf des Jahrhunderts. Der ist jetzt ab 16 Jahren. Rocky 4 erschienen, auch wieder drei Jahre später, nämlich 1985. Dann haben wir Rocky 5, der wieder ab zwölf Jahren freigegeben ist. Der in diesem Fall dann fünf Jahre auf sich warten ließ, 1990 erschienen. Rocky 5. Und der letzte in dieser Kollektion ist dann Rocky 6, beziehungsweise Rocky Balboa. Der hat 16 Jahre gedauert, nämlich 2006 erschienen. Ja, und diese Edition erschien dann eben 40 Jahre nach dem ersten Teil, also der erste Teil 1976. Und diese Edition erschien dann so 2015, 2016 zum 40-jährigen Bestehen der Rocky-Reihe. Ja, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Wir haben hier die eben gezeigten sechs DVDs hier mit dabei, zu den Filmen Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 und Rocky Balboa. Das alles in dieser wunderbaren Edition. Rocky 40 Jahre Jubiläumskollection. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen, beziehungsweise dieser Collection. Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Rocky unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.